Herzlich Willkommen zur Big Shift Live Show Nummer 3 und unser Thema ist heute die Game Changer Challenge. Und ich habe dir eine Präsentation mitgebracht, in der ich dir zeige, wie Veränderungen am allerbesten funktionieren. Ich gebe dir nicht nur praktische Tipps für die Game Changer Challenge, an der du, wenn du möchtest, gerne gratis teilnehmen kannst, sondern ich zeige dir auch, welche Voraussetzungen notwendig sind, damit du, egal was immer du auch möchtest, in deinem Leben wirklich verändern kannst. Der allererste Schritt, den du gehen musst, ist, dass du ein gutes Problem suchst. Ein gutes Problem heißt für mich, ein Problem, das dich herausfordert und das du gerne in deinem Leben ändern möchtest. Und obwohl ich dir einen Prozess mitgebracht habe, der aus meiner Sicht verblüffend einfach und extrem wirksam funktioniert, empfehle ich dir, dass du dir für den ersten Durchgang bei der Game Changer Challenge ein leichtes Problem aussuchst. Also ein Problem, das du einigermaßen gut handeln kannst und auf gar keinen Fall ein Problem, das dich emotional einfach zu stark, zu krass fordert. Dieser Prozess ist nicht für Depressionen geeignet, auch nicht für Traumata oder für andere schwere seelische Verletzungen. Aber du kannst diesen Prozess, diesen Game Changer Prozess, den ich dir hier mitgebracht habe, nutzen für alle typischen Alltagsprobleme. Zum Beispiel Sorgen und Zweifel, die du hast. Oder innere Konflikte, dass du merkst, dass du einfach mit dir uneins bist, dass du vielleicht eine Meckerstimme in dir drin hast. Oder wenn du Druck, Hetze oder Stressgefühle hast. Oder wenn du konkrete Probleme am Arbeitsplatz hast. Oder wenn du Beziehungsstress hast. Und das ist übrigens das Thema gewesen, das die Teilnehmerin Rebella gewählt hatte. Rebella ist Mutter, hat eine Tochter und die beiden verstehen sich normalerweise ganz gut, aber ab und an kriegen die sich mal in die Haare. Und das fängt meistens damit an, dass die Tochter wegen irgendwelcher Sachen bei der Arbeit zu motzen. Dann will Rebella immer beschwichtigen und dann schaukeln die sich die beiden hoch und dann gibt es halt einen Streit. Und zu dem Zeitpunkt des Coachings war es so gewesen, dass die sich so richtig heftig gestritten hatten und seit fünf Wochen nicht mehr miteinander gesprochen hatten. Und das Problem war, mal abgesehen davon, dass es natürlich für eine Mutter furchtbar ist, wenn man die eigene Tochter fünf Wochen lang nicht spricht. Das Problem war noch obendrein, dass sie jetzt ein paar Stunden nach unserem Coaching-Termin eine Familienfeier hatte, wo sie ihre Tochter wieder treffen sollte. Und sie wüsste überhaupt nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollte. Und das war der Ausgangspunkt für das Coaching. Und das ist ein gutes Problem. Warum? Weil es sich hier um eine konkrete Situation handelt. Sehr häufig ist das so, dass wenn ich mit Leuten Coachings beginne, dass die Leute viel zu abstrakt da rangehen. Wenn ich zum Beispiel frage, sag mal, was willst du denn gerne verändern? Was ist denn dein Begehr, dass sie sagen, ja, ich will irgendwie glücklicher werden oder ich will erfüllter sein. Aber ich möchte mehr Geld verdienen oder ich bin irgendwie nicht so gut drauf, das will ich irgendwie ändern. Und damit kann man keinen guten Veränderungsprozess initiieren, sondern was du brauchst, ist eine konkrete Situation. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, ich bin nicht gut drauf, dann überleg dir eine Situation, wo das immer wieder auftritt. Also vielleicht ist das zum Beispiel morgens, wenn du aufwachst, machst du die Augen auf und hast schon gleich eine Scheißlaune. Das könnte zum Beispiel eine konkrete Situation sein oder du hast irgendwie Stress bei der Arbeit, bist irgendwie demotiviert. Dann such dir eine konkrete Situation heraus, wo diese Demotivation auftaucht. Beispielsweise, wenn dein Chef oder deine Chefin ins Büro kommt, dann merkst du schon, deine Laune geht gleich sofort in den Keller. Je konkreter du die Situation auswählst, desto wirksamer ist der Prozess. Denn das ist wichtig für Schritt Nummer zwei, Rollenspiele. Wann immer wir in einer schwierigen, herausfordernden Situation sind, kannst du sicher sein, dass wir höchstwahrscheinlich negative Verhaltensmuster in die Situation reinbringen. Und zwar nicht nur du, sondern auch alle anderen Beteiligten. Und es gibt insgesamt drei Muster, die uns ganz besonders interessieren und die ich jetzt hier nur in der Kürze vorstelle und die wir dann in der Game Changer Challenge weiter vertiefen. Das ist zum Ersten, dass wir manchmal dazu neigen, bei Schwierigkeiten und Herausforderungen die Flucht anzutreten. Weil, dass wir uns gar nicht erst streiten wollen, dass wir einfach abhauen, Türen knallen vielleicht. Oder, dass wir uns manchmal auch anpassen, dass wir uns klein machen, dass wir Ja sagen, wo wir eigentlich Nein meinen. Oder umgekehrt, dass wir in die Angreiferposition gehen. Und wenn wir zum Beispiel in einer Streitsituation Leuten Vorwürfe machen und sagen, du hast das doch gemacht, du weißt doch ganz genau. Und so weiter und so fort. Dann sind wir in der Angreiferposition. Und höchstwahrscheinlich ist es so, dass wenn du die Situation analysierst, dass du dann feststellen wirst, dass du mindestens eines dieser Muster belegst. Möglicherweise sogar zwei oder alle drei. Und dass dein Gegenüber höchstwahrscheinlich auch in einem dieser Muster drin ist. Aber, und das ist das Entscheidende für alle Veränderungsprozesse, geh nicht darauf, dass du versuchst, die anderen Leute zu verändern, sondern konzentriere dich auf das, was du verändern kannst. Wenn du dein Spiel veränderst, wenn du Verantwortung für die Situation übernimmst, das heißt, dass du auf dieses ganze Gemengelage, was sich da vielleicht runterzieht, anders antwortest als bisher. Mit einer anderen Einstellung, mit anderen Gedanken, mit anderen Gefühlen, mit anderen Verhaltensweisen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass sich die Situation selbst auch verändert. Dass die Leute anders auf dich reagieren. Und genau das war bei der Rebella, wie wir später noch sehen werden, auch der Fall. Und damit du das hinbekommen kannst, damit du also aus diesem Szenario rauskommst, gilt es dann als nächsten Schritt, einen Prozess zu machen, wo du die Zwiebel schälst. Da nutzen wir einen Prozess, wo du sozusagen Schicht um Schicht analysierst, bis du an einen Punkt kommst, wo du deinen Kern Dramagedanken wieder findest. Das ist eine negative Überzeugung, die dazu führt, dass du dich negativ fühlst und die dann wiederum dazu führt, dass du dich auch negativ verhältst. Und es gibt meines Erachtens fünf Dramaland-Gedanken, die unseren Verstand vergiften und auch in ein Gefängnis sperren können. Der erste Dramaland-Gedanke, der uns das Leben schwer machen kann, ist der Gedanke, dass wir nicht gut genug sind. Der zweite, dass die Welt schlecht und gefährlich ist. Der dritte, dass nicht genug für alle da ist. Der vierte, dass das Leben ein Kampf ist. Und der fünfte, dass das Leben sinnlos ist. Was es genau mit diesen Gedanken auf sich hat, wie die wirken können und so weiter und so fort, das schauen wir uns in der Game Changer Challenge an. Und entscheidend ist, dass du mit diesem super simplen Prozess des Zwiebelschälens ruckzuck rauskriegst, was ist es denn, was mich da in eine negative Haltung reintreibt und mich deswegen dazu motiviert, negativ motiviert, die Situation schwieriger zu gestalten, als es eigentlich notwendig wäre. Und bei der Rebella waren es übrigens nicht ein, sondern zwei Dramaland-Gedanken, die wir daraus gearbeitet haben, mit denen wir dann später gearbeitet haben, um die dann auch aufzulösen. Und diese Art Dramaland-Gedanken, wenn du die entdeckst, die sind in meinen Augen ein bisschen wie eine Art Ideologie, die deinen Verstand in ein Gefängnis gesperrt hat. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dann als nächstes deinen Verstand aus der Situation befreien. Und dazu schauen wir uns im nächsten Schritt an, welche Erfolgsgedanken dir möglicherweise weiterhelfen können. Auch hier gibt es fünf Erfolgsgedanken, die ich in der Game Changer Challenge ein bisschen ausführlicher darstelle und die ich jetzt einfach hier nur ganz kurz einmal vorstellen möchte. Damit du schon mal eine Idee hast, in welche Richtung das geht. Der erste Gedanke ist, ich bin liebenswert. Zweite Gedanke ist, die Welt hat viele gute Seiten. Dritte Gedanke ist, ist genug für alle da. Vierte Gedanke ist, das Leben ist im Miteinander. Und der fünfte Gedanke ist, ich kann sinnvoll leben. Und du wählst dir im Prinzip einen dieser Kerngedanken aus oder vielleicht auch zwei und formulierst das dann in deiner Art und Weise, dass du sozusagen ein Gegengedanken hast zu deinem negativen Dramaland-Gedanken. Und damit bist du bestens vorbereitet für den nächsten Schritt, nämlich Schritt Nummer fünf, für den Game Changer Prozess. Und dieser Prozess ist so unglaublich einfach, der ist so kinderleicht, dass du verblüfft sein wirst, wie schnell und wie einfach der funktioniert und welche rapide Wirkung der auch auslösen kann. Aber, und das ist das Entscheidende, Veränderungen laufen nicht immer geradeaus. Viele Leute glauben nämlich, dass ein Veränderungsprozess so ist, dass man ein Problem hat und dann setzt man sich ein Ziel und dann arbeitet man darauf zu und dann ist der Drops gelutscht und alles ist perfekt. Tatsächlich ist es aber so, dass Veränderungsprozesse oft durch viele Schleifen gehen. Dass wir einen negativen Gedanken auflösen und zack, kommt gleich der nächste negative Gedanke hoch, der vielleicht ein bisschen anders ist oder vielleicht auch aus einer ganz anderen Ecke kommt. Und auch den müssen wir erst auflösen, um dann einen Schritt weiter zu kommen. Und dann kann es sein, dass vielleicht nochmal weitere Gedanken hinterher kommen. Erst wenn du die aufgelöst hast, dann setzt plötzlich der große Durchbruch ein. Und bei der Rebella war es so, dass wir nicht nur einen Durchgang mit der Coaching-Technik gemacht haben, sondern mehrere. Und das ist besonders wichtig, dass du das im Hinterkopf behältst, dass Veränderungsprozesse immer ein evolutionärer Wachstumsprozess sind. Das muss also nicht traurig sein, wenn du zum Beispiel merkst, du hast jetzt gerade einen negativen Gedanken aufgelöst und freust dich vielleicht auch darüber und wunderst dich, dass dann ein paar Minuten später nächster negativer Gedanke hochpoppt. Das ist nämlich ein gutes Zeichen. Das zeigt nämlich, dass dein Inneres sagt, hey, diese Technik ist echt cool. Ich habe ja noch ein paar mehr negative Gedanke. Lass uns mal gleich weitermachen. Wenn du das so einsetzt, dann merkst du nach einer gewissen Zeit, dass eine Leichtigkeit einsetzt und irgendwann fällt das einfach von dir ab und das Ding ist vorbei. Es gibt übrigens noch einen weiteren Schritt, der quasi dafür sorgt, dass dein gesamter Veränderungsprozess auch einen großen, sehr radikalen Wandel, ich nenne das immer den Big Shift in deinem Leben, erreichen kann. Und über diesen sechsten Schritt, die Tür, möchte ich dir jetzt noch nicht zu viel verraten, aber versprochen, wir gehen im Laufe der Game Changer Challenge noch ausführlicher drauf ein. Zum Abschluss noch was Besonderes für dich. Ein Interview mit Rebella. Mit Rebella habe ich diesen Prozess durchgeführt und wir haben das Ganze aufgenommen und du bekommst im Rahmen der Game Changer Challenge diesen Prozess auch Stück für Stück zu sehen. Und damit du siehst, welche Wirkung dieser Prozess hat, möchte ich dir zunächst einmal eine Aufnahme einspielen, was Rebella als ihr Problem mit ihrer Tochter geschildert hat. Meine Tochter ist 23, sie wohnt ja nicht mehr bei uns, sie kommt dann zu Besuch und am Anfang ist auch alles ganz schön und gut und dann fängt sie an zu jammern. Also das ist nicht gut und die Leute sind blöd und das läuft nicht. Ich versuche dann immer wieder, das positiv zu verstärken und ihr Mut zuzusprechen. Und eigentlich bin ich dann irgendwann, das ist dann aber auch schon nicht mehr authentisch, weil ich dann zwischendurch eigentlich schon mal immer denke, am liebsten würde ich ihr mal auch sagen, mach das jetzt mal so und hör auf zu jammern. Das traue ich mich in dem Moment aber nicht zu sagen. Man bekommt immer mehr Input, Input und irgendwann eskaliert das, dass ich dann irgendwann sage, so jetzt hör endlich mal auf und dann, ja, dann ist der Streit da. Und das Problem war jetzt, dass Rebella am Nachmittag ihre Tochter auf einer Familienfeier treffen sollte und sie nach dem letzten Streit fünf Wochen lang mit ihr nicht gesprochen hatte. Und sie war natürlich ein bisschen angespannt, weil sie überhaupt nicht wusste, wie sie mit ihrer Tochter umgehen sollte. Und lass dich jetzt überraschen, was bei Rebella passiert ist, nachdem sie den Gamechanger-Prozess durchlaufen hat. Hi Rebella, hier ist Martin. Ja, hallo. Unsere Session ist jetzt neun Tage her, wir haben jetzt Montag, aufgenommen hatten wir es mal am Samstag und ich glaube, unsere Zuschauer, Zuhörer sind schon ganz gespannt zu erfahren, was sich denn seitdem getan hat. Wie war das denn? Ja, wir haben uns dann auf einer Geburtstagsfeier getroffen. Wir sind da, also ich muss sagen, dass ich ziemlich ruhig war. Also normalerweise hätte ich mir vorher tausend Gedanken gemacht, hätte das geplant, aber ich war wirklich sehr, sehr ruhig. Ja, und dann saß sie da, ich habe mich dann gleich neben sie gesetzt, das war alles okay. Und dann haben wir so langsam uns ein bisschen angenähert. Wenn ich das richtig verstanden habe, da war das Eis noch nicht so richtig ganz gebrochen, kann das sein? Nein, also ich habe, sie hat dann von Anfang an eigentlich gleich provoziert, so dieses Spielchen, was ich ja auch geschildert habe, hat Sachen gesagt, wo ich normalerweise gleich wieder, ja, harnische Angst gekriegt hätte und gesagt hätte, ach, das kannst du doch nicht und du musst doch jetzt dies. Ich habe mich aber wieder einmal ganz bewusst durch dieses Coaching daran erinnert, du hörst einfach nur zu, du gibst keine Tipps, keine Ratschläge. Das hat super gut geklappt, aber sie war, glaube ich, sehr irritiert, weil das war ja nur eine ganz andere Mama, die sie da erlebt hat. Und wie ist es dann weitergegangen? Wir sind dann nachher noch in ihrer Wohnung, sie wohnt ja da, wo wir auch zum Geburtstag waren, haben uns noch längere Zeit unterhalten und sind dann gegangen irgendwann. Das war dann halt, ja, jetzt nicht überschwänglich, aber es war so, ich würde sagen, so das Eis war gebrochen. Und Mittwoch hat sie sich dann gemeldet, dann haben wir, ja, fast eineinhalb Stunden telefoniert, sie hat mir ganz viel erzählt von sich, was sie macht und ich habe immer zugehört. Das war wirklich richtig gut. Und hat es danach nochmal einen Kontakt gegeben? Ja, wir haben uns am Samstag dann auch getroffen, sind zusammen zum Flohmarkt gefahren, haben ein bisschen in der Stadt geschoppt, haben uns unterhalten. Ja, es ist eigentlich ganz toll mittlerweile. Also ich muss mich immer noch wieder zurückhalten. Ich merke, wenn so bestimmte Schlüsselsätze kommen, wo ich denke, ach Hilfe, da müsste sie eigentlich doch lieber so und so reagieren, halte ich mich halt ganz bewusst zurück. Das ist noch nicht automatisch, aber es klappt immer häufiger. Was ist so für dich die wichtigste Quintessenz, die du so aus diesem Coaching für dich mitnimmst? Das Wichtigste war, glaube ich, dass ich wirklich mal auf mich an ihre Position gestellt habe und das auch ihrer Sicht mal so sehen konnte. Das hat mir die Augen geöffnet und es ist eigentlich super entspannt geworden seitdem. Ich habe jetzt selber gar nicht mehr den Druck, sie retten zu müssen oder Tipps und Ratschläge geben zu müssen, sondern ich lasse ihr ihrs. Und ich bin bei mir, weil ich ja weiß, dass diese Ängste, die ich immer bei ihr so hatte und ihr dann, dass das eigentlich eher meins war. Vielen Dank, Bella. Dann wünsche ich dir und deiner Tochter einfach eine weitere großartige Beziehung. Ja, und vielen Dank für deine Hilfe. Sehr gerne. Vielleicht zum Abschluss noch ein paar Worte dazu, wie diese Game Changer Challenge abläuft und was du machen kannst, um davon auch wirklich gut zu profitieren. Zum Ersten ist es so, dass du Tag für Tag eine Mail bekommst, die dich auf eine Coaching-Übung führt, wie zum Beispiel Zwiebelschälen oder eben die anderen Prozesse, die ich vorhin schon mal angerissen habe. Für jeden dieser Coaching-Übungen solltest du dir circa 15 Minuten Zeit lassen und es kann mal sein, dass du so das Gefühl hast, dass du ein bisschen mehr noch nachlegen möchtest, dass du gut im Fluss bist. Dann kannst du ruhig noch ein bisschen mehr Zeit investieren, aber 15 Minuten ist, glaube ich, ein ganz guter Zeitrahmen. Du wirst immer auf eine Seite geführt, wo du oben ein Video siehst. In dem Video erläutere ich ganz kurz, wie die Übung funktioniert und dann gibt es die Demo mit der Rebella. Das ist also wirklich eine Live-Demo, kannst du also genau sehen, wie das in der Praxis funktioniert. Dazu gibt es dann nochmal Informationen, du kriegst so erstmal eine Kürze dargestellt, um was es eigentlich geht. Es gibt dann nochmal so ein paar Infotipps, die dir helfen, diesen Prozess noch ein bisschen besser zu verstehen. Und dann gibt es halt noch Materialien, die du herunterladen kannst. Zum Ersten habe ich dir alle Videomitschnitte als Video-Download zur Verfügung gestellt und auch als Audio-Download. Wenn du es gerne auf deinem Smartphone, Tablet, an deinem Rechner oder vielleicht auch im Auto nochmal hören möchtest. Außerdem haben wir jede Coaching-Übung nochmal schriftlich beschrieben und wir haben eine Abschrift angefertigt von dem gesamten Coaching-Prozess, sodass du das auch nochmal schwarz auf weiß nachlesen kannst. So, jetzt kann es natürlich sein, dass ihr diese Übungen macht und dass dann Fragen auftauchen. Ich habe für euch deswegen einen geschützten Bereich eingerichtet, wo ich euch persönlich betreue. Das ist nicht bei Facebook, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, weil Facebook ist für mich immer noch ein relativ offenes Feld, sondern das ist ein ganz separater Bereich, den wir extra für euch eingerichtet haben. Und ihr könnt das ruhig so machen, dass ihr euch auch mit einem anonymen Namen anmeldet oder nur mit eurem Vornamen, wenn euch das lieber ist. Entscheidend ist, dass wir einfach einen geschützten Raum haben, wo wir uns alle gemeinsam austauschen können. Ich werde da auch mit Argus-Augen drauf achten, dass da keine Trolle rumlaufen, dass da kein Blödsinn passiert, dass da keiner rummeckert. Wenn sich Leute daneben benehmen, fliegen die wieder raus, weil ich einfach sicherstellen möchte, dass wir alle gemeinsam hier an dieser Stelle eine richtig gute Zeit haben. Und ich möchte sicherstellen, dass du wirklich auch von diesem Coaching-Prozess, von dem Gain-Changer-Prozess profitierst. Es gibt außerdem die Möglichkeit, dass du dich nicht nur mit Fragen und Erfahrungen und Erfolgsberichten äußerst, sondern dass du dich auch mit anderen Leuten vernetzen kannst. Und falls du dich jetzt fragst, warte mal Martin, du machst das hier irgendwie kostenlos und gratis, warum machst du das eigentlich? Das ist meine Art, wie ich Karma-Marketing mache, wie ich das so schön nenne. Und Karma-Marketing heißt, wenn ich was Gutes in die Welt reinbringe, dann kommt das zu mir zurück. Und deswegen gebe ich gerne auch Sachen kostenlos raus. Der Prozess, den ich euch hier zeige, ist wirklich vollständig. Ihr seid auch zu nichts verpflichtet, es ist wirklich alles gratis. Aber du hast einfach eine wunderbare Möglichkeit, mich einfach mal abzuchecken, mich auch bei der Arbeit zu erleben, mal so zu sehen, wie die Prozesse, die ich benutze, auch bei dir wirken. Und wer weiß, vielleicht hast du ja Lust, an dem nächsten Big-Shift-Kurs auch teilzunehmen. Und wenn nicht, ist überhaupt kein Problem. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du einfach auch so dabei bist und dass wir alle einfach gemeinsam eine richtig gute Zeit haben. Und darum geht es hier bei der Game Changer Challenge. Und dann geht es hier bei der Game Changer Challenge.